dieser skoda octavia steht hier zum verkauf der silberne kombi hat fünf türen und bietet fünf sitzplätze der kilometerstand des autos liegt bei weniger als 100.000 km die erstanmeldung der kombi verfügt über zahlreiche ausstattungsdetails wie esp für suffix kindersitz befestigung navigationssystem party gefilter dachrailing und noch vieles mehr unter der haube gibt der sparsame diesel eine leistung von 150 ps an das schaltgetriebe ab der angegebene verbrauch liegt bei nur 4,2 litern pro 100 km kontaktieren sie uns wir informieren sie gerne mehr und